Neun Monate vor der Markteinführung stellt Porsche die ersten offiziellen Fotos des neuen Panamera vor. Design, Profil und Silhouette weisen den Fiat-Türer eindeutig als neues Familienmitglied aus. Auf den Vordersitzen und in den beiden ausgeprägten Einzelsitzen im Fond finden vier Personen ausreichend Platz. Der Kofferraum nimmt zusätzlich Reisegepäck aller Passagiere auf. Styling und Details entsprechen jener Designphilosophie, wie sie über Jahrzehnte am 911 verfeinert und auch bei Boxster, Cayman und Cayenne erfolgreich umgesetzt wurde. Wir hatten Gelegenheit im Februar diesen Jahres eine Gruppe von vier Panameras auf der Rückfahrt aus Skandinavien auf einer Autobahnraststätte zu filmen. Die Wagen sind noch sehr stark verkleidet, zum Teil entfremdet. Der Panamera hat die typischen Porsche-Sportwagen-Gene, die einer Coupéform entspringen und bietet ein unverwechselbares Erscheinungsbild. Selten sieht man bei einem Porsche eine Anhängerkupplung, wie es hier der Fall gewesen ist. Wie alle Porsche-Modelle ist auch der Panamera voll auf die Bedürfnisse des Fahrers ausgerichtet. Porsche verspricht dieses spezielle Pilotengefühl, aber diesmal auf allen vier Sitzpläten.